Hallo und herzlich willkommen. Das sind Lea und Kevin, unsere neuen Puls-Reportage-Hosts. Ich habe jetzt sehr viele Fragen an euch. Ein Adjektiv, das euch am besten beschreibt. Empathisch. Leidenschaftlich. Wenn ihr nur noch eine Puls-Reportage drehen könntet, welches Thema wäre es? Ich glaube, singen. Skispringen lernen. Patientenverfügung wäre... Vorher wäre gut. Euer Zeichentrick-Crush. Kim Possible. Ich weiß nicht, was als Zeichentrick durchgeht, aber bei Mulan, der Offizier... Was ist euer Happy Place? Das Sofa meiner Eltern. Bei mir ist es einfach mein Bett. Habt ihr ein Guilty Pleasure? Formel 1. Vor allem das Spiel. Was so ein Aufreger ist, ist immer Popcorn mit Käse. Ein Gericht für dein restliches Leben? Käsespätzle. Irgendwie so eine Arabiata. Was würdet ihr nicht mal für 2 Millionen Euro machen? Die WhatsApp-Gruppe mit meinen besten Freunden veröffentlichen. Das war ein sehr gutes Beispiel. Komm. Mit welchem Promi würdet ihr 2 Wochen auf eine einsame Insel? Ich würde Jennifer Lawrence nehmen. Ich würde Teddy mitnehmen. Teto's Teclebran. Es wird dann eine sehr lustige Zeit.